Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu... Ja, wozu eigentlich? War mir jetzt... Ich bin mir auch noch nicht sicher, in welcher Kategorie das landen wird, ob Diablo 4 oder 3. Startbildschirm sehen wir jetzt erstmal Diablo 3. Und ihr habt es am Titel schon gesehen. Heute geht es darum, was Diablo 3 besser macht als Diablo 4. Und vor allen Dingen, was Diablo 4 von Diablo 3 auf jeden Fall noch lernen kann, übernehmen muss, damit Diablo 4 endlich das sich als komplettes Spiel anfühlt. Ich habe jetzt die letzten Tage und Wochen fast viel Season 29 in Diablo 3 gespielt. Und da sind mir einige Dinge aufgefallen, wieso Diablo 3 sich voller und umfangreicher anfühlt als Diablo 4. Wenn ihr das Video seht, findet übrigens heute Abend der Entwicklertalk statt zu Diablo 4. Den dürft ihr auf gar keinem Fall verpassen, dann wird endlich gezeigt, was in Season 2 dazu kommt. Wenn ihr an das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall mal ein Foto da lassen und auf Twitch vorbeischauen. Da werde ich drauf live reagieren und vorher auch in Diablo 3 reinschauen. Aber jetzt zum Video. Das Erste, was in Diablo 3 ein richtig, richtig wichtiger Faktor ist, sind, glaube ich, die Nephilim-Portale. Nephilim-Portale könnt ihr euch quasi vorstellen wie die Nightmare-Dungeons in Diablo 4. Das heißt, ihr habt einen Dungeon, der wird zu einer stärkeren Form, den durchläuft ihr und am Ende kommt ein Boss, der euch Loot und irgendwelche zusätzlichen Items oder sonstiges gibt. Das ist relativ gleich zu den Nightmare-Dungeons mit einer und mit einem Unterschied. Bei Diablo 4 ist es ja so, dass ihr Nightmare-Dungeons, also jeden Dungeon einzeln habt und den zu einem Nightmare-Dungeon machen könnt. Hier ist es so, ihr könnt da jederzeit reingehen und ein Portal öffnen. Und da ist egal, welches Gebiet, welches Dungeon, es wird irgendwas random zusammengestellt und dann unendlich viele Ebenen, bis ihr es geschafft habt, die Leiste hier voll zu haben links mit den Prozenten. Das heißt, jeder Elise-Gegner, ihr kennt das von Diablo, es gibt normale Gegner und stärkere Gegner, solche Boss-Gegner. Und jeder Boss-Gegner oder jede Gruppe von Boss-Gegnern lässt Kugeln fallen, die ihr aufsäulen müsst und dann dort diese Leiste zu füllen. Bei den Nightmare-Dungeons von Diablo 4 ist es ja so, dass ihr verschiedene Sachen habt, die ihr abschließen müsst. Entweder tötet alle Gegner oder besiegt drei Blutbeulen oder sammelt den Schlüssel oder öffnet irgendwelche Türen, besiegt den Endboss. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist hier relativ abgespeckt, weil hier geht es immer nur darum, Elite-Gegner zu besiegen, die Leiste voll zu machen und den Endboss zu besiegen. Das ist alles, was ihr im Nefarland-Portal habt. So gesehen sind die Nightmare-Dungeons in Diablo 4 theoretisch umfangreicher, aber ich glaube, das spreche ich für alle, es nervt halt extrem, dass man sich diese Siegel kaufen muss, beziehungsweise sie finden muss auf unterschiedlichen Leveln und dann auch noch sein kann, dass der Dungeon, den man bespielt, nicht gut ist. Das hat man hier halt nie, dieses Gefühl. Man geht nie in das Nefarland-Portal rein, sieht ein Gebiet und denkt, oh nee, das Gebiet ist doof. Man durchläuft einfach jedes Gebiet und besiegt da die Elite, läuft da durch und ja, es ist nie so, dass man sagt, ey, der Malus ist doof, der Abfix ist gut oder die Gegner sind blöd. Das hat man hier nie. Das hat man ja in Diablo 4, finde ich, ganz oft, dass man sagt, ey, die Gegner machen ganz oft Code-Control, die Gegner vereisen mich immer, die Gegner sind immer voll tanky, ich habe keinen Bock, töte alle Gegner. Diese Malus und Abfixe, glaube ich, waren eigentlich eine coole Idee für Diablo 4, aber im direkten Vergleich mit Diablo 3, finde ich es ganz, ganz doof, dass man dort diese Malus und Abfixe hat und diese verschiedenen Aufgaben, die man machen muss. Zu den großen Nefarland-Portalen will ich nichts sagen, weil es im Prinzip das gleiche ist. Ich werde darauf aber gleich nochmal zu sprechen kommen, wenn es um diese zusätzlichen Juwelen gibt, die man durch die großen Nefarland-Portale bekommen kann. Aber große Nefarland-Portale habe ich nicht vergessen, lasse ich aber raus, weil Nefarland-Portale ist hiermit abgeschlossen. Das nächste große, das richtig, richtig große Ding ist, dass es hier Schwierigkeitsgrade gibt bis Qual 16. Das sind 5, 10, 15, 20 Schwierigkeitsgrade, wo ihr links immer seht, was es mehr gibt. Und das ist, glaube ich, ein extremer Vorteil von Diablo 3 gegenüber Diablo 4, wo es ja nur 4 Schwierigkeitsgrade gibt. Es soll ja demnächst noch ein 5. Schwierigkeitsgrad in Diablo 4 dazukommen, aber ich glaube, damit hat man sich keinen Gefallen getan. Es ist natürlich schön, Diablo 4, 4 Schwierigkeitsgrade, klingt erstmal gut. Aber wenn man sich hier mal Qual 16 anschaut, 7.000% mehr Gold, 17.000% mehr Erfahrung. Das ist kein Vergleich zu den 200-300% in Diablo 4, wo es ja 200% mehr Gold und 200% mehr Erfahrung-Base-mäßig gibt. Also richtig, richtig viel besser. Außerdem, das ganze Gold-Ding ist hier so viel besser gelöst, was auch mit der Stufe zu tun hat. Ich habe heute Morgen gestartet zu spielen mit 0 Gold und habe jetzt 260 Millionen. Damit bin ich erstmal, ja, fein. Ich kann so viel verzaubern, wie ich will. Ich kann Juwelen schmieden, so viel ich will. Ich kann Waffen craften, so viel ich will und habe keine Gold-Probleme. Wieso, erkläre ich gleich auch. Hat aber auch was damit zu tun, dass ihr hier viel höhere Schwierigkeitsgrade laufen könnt. Und das sehr schnell. Ein paar Sachen im Schnelldurchlauf, die es hier gibt, die das Spiel Endgame-mäßig komplett machen. Es gibt Kanaes Würfel. Ich werde nicht viel erklären, was das ist. Für die, die Diablo 3 spielen, wissen, was das ist. Es gibt eine Truhe, wo ihr 350 Sachen drin platzieren könnt und die günstig zu erweitern ist. Ihr habt die Möglichkeit zu verzaubern und verzaubern kostet gerade mal 45.000 und das höchste, was ich bisher gesehen habe, war so 200.000, 300.000. Wenn ihr verzaubert, könnt ihr hier sehen, was ihr da bekommen könnt. Ihr könnt auf jeden hier drauf gehen und genau sehen, was könnte ich denn dazu bekommen. Ihr habt die Möglichkeit hier, infernale, ähm, ihr könnt besondere Bossgegner in den Gebieten finden, womit ihr infernale Portale öffnen könnt, womit ihr höhere Bosse besiegen könnt. Ihr könnt Reich der Schätze von den Goblins finden. Ihr könnt, ähm, das Regenbogen-Level finden. Ihr könnt Kopfgelder abschließen. Ihr könnt Bosse besiegen. Ihr könnt unglaublich viel machen. Ihr könnt natürlich die komplette Story durchspielen. Ihr könnt alle drei Tage, ähm, eine Herausforderung spielen. Hier, Herausforderungsportale. Alle drei Tage neu, wo ihr mit einem vorgefertigten Bild eine Herausforderung spielen müsst, unter einer beliebigen Zeit ein, ähm, Portal beenden müsst und dann kriegt ihr eine Belohnung. Ihr habt die Möglichkeit, ähm, Bestenlisten, äh, zu bespielen. Das heißt, ihr könnt Bestenlisten euch erstmal angucken, was die Leute für Bild spielen. Zum Beispiel, ich spiele hier einen, ähm, Dämonenjäger. Dann kann ich mir hier von Beste weltweit alle angucken, draufklicken und mir deren Bild anschauen. Ihr könnt günstig respacken. Ihr könnt eure Fertigkeiten respacken, ohne dass das Geld kostet. Ihr könnt eure kompletten Paragon-Punkte respacken, ohne dass das Geld kostet. Jederzeit. Ihr könnt offline einen Begleiter ausstatten, der bestimmte Bonis hat, die auch für euch gelten. Ihr habt mit Kanais-Würfel hier unten nochmal Eigenschaften, die ihr rausziehen könnt aus legendären Items und dann hinzufügen könnt, ohne einen Items-Slot hier zu verwenden. Es gibt Set-Bonis wie mit diesen grünen Items. Es gibt viel, viel, viel mehr legendäre Items für jede Klasse und somit natürlich auch viel, viel mehr Builds. Es gibt so viel mehr Zeug. Ich könnte noch Stunden, Stunden nicht, aber minutenlang weitererzählen, wie viel Endgame-Content in diesem Spiel steckt und was alles in Diablo 4 fehlt und falsch läuft. Obolusse ist auch nochmal ein Ding. Gibt es hier auch, hieß Blutsplitter, fallen viel öfter. Also ich finde die Idee ja in der Overworld, dass es Open World ist in Diablo 4 cool, dass es diese Ereignisse gibt. Aber die Obolusse, die da fallen auf höchster Stufe, maximal so 60-70, sind viel zu wenig. Ich kriege hier so viele Blutsplitter und die Items zu rollen ist auch viel günstiger. Allgemein muss ich sagen, dass für die Playstation die Menüführung viel cooler ist. Das ist aber glaube ich wegen dem Crossplay geschuldet. Deswegen will ich dazu nicht zu viel sagen. Mir gefällt aber das Diablo 3 Overlay hier viel besser. Was man ganz doll sagen muss und ich glaube, da stimmt mir jeder Diablo 4 Spieler zu. Das Paragon-Board von Diablo 4 ist richtig, richtig nice mit den Skills und den verschiedenen Builds, die man damit spielen kann. Das finde ich, also das Ding hier, Paragon-Punkte in Diablo 3, finde ich richtig langweilig und boring. Man kann hier zwar richtig hoch leveln, aber das, was man für ein Level bekommt, ist relativ wenig. Die großen Sprünge im Angriff und in der Verteidigung macht man wirklich durch Builds in den Items. Was ich nicht schlimm finde, ist halt eine andere Art. Aber ich finde es ganz cool, dass es in Diablo 4 dieses krasse Paragon-Board gibt mit den verschiedenen Punkten pro Level. Da muss ich tatsächlich sagen, das Paragon-Board von Diablo 4 gefällt mir bildmäßig. Und was man da alles mit da machen kann, viel, viel besser. Über die Saisonreise habe ich jetzt auch noch gar nicht gesprochen. Ich finde, wir haben erst Saison 1 gesehen bei Diablo 4, deswegen will ich da nicht zu sehr drauf rumreiten. Aber ich glaube, mir gefällt die Saison bei Diablo 4 besser als bei Diablo 3. Ich muss aber dazu sagen, das ist die erste Saison, die ich spiele in Diablo 3. Deswegen kann ich zu den Saisons davor nicht viel sagen. Von Saison 29 im Vergleich zu Saison 1 von Diablo 4 gefällt mir nur die Saisonreise. Ich meine nicht das, was man an Zusatz-Questline bekommt, sondern wirklich nur das, was man hier als Saisonreise bekommt. Da gab es ja den Battle Pass bei Diablo 4, es gab die Bonis und diese Aufgaben mit Belohnungen. Fand ich bei Diablo 4 cooler. Diablo 3 finde ich es relativ schwierig, die abzuschließen und auch die Belohnungen relativ doof. Es gibt in den ersten vier Etappen, die man relativ früh bekommen kann, ich habe es jetzt auch geschafft in ein paar Stunden, jeweils Belohnungen für ein Set, das spiele ich jetzt gerade auch. Das ist dieses Schatten-Set hier, was euch auch relativ stark macht bei den Dämonenjäger. Für die anderen Klassen kann ich nicht sprechen, habe ich nicht gespielt. Aber das war es schon. Wenn ihr euch dann Saisonreise 5, 6, 7, 8 anschaut, dann ist auch bis auf die 8, wo es Flügel und Gefährten gibt, nur Porträtrahmen. Relativ langweilig finde ich. Und hier gab es halt nur diese Items. Also lasst mal gerne eure Meinung unter den Kommentaren, welche Saison ihr da besser findet. Bei der Saison an sich muss ich tatsächlich sagen, die Herzen schön und gut. Aber ich hatte ja am Anfang des Videos gesagt, zu den großen Nervenportalen werde ich nochmal was sagen. Es gibt hier sowas wie Herzen schon. Es gibt hier sogenannte Juwelen. Die seht ihr hier. Ganz viele. Die bekommt ihr, wenn ihr ein großes Nervenportal abschließt. Und ihr könnt hier leveln. Bis Level 150 meine ich. Und ab Level 25 gibt es nochmal einen extra Punkt, den ihr zusätzlich freischalten könnt. Ist quasi das gleiche wie ein Herz. Ihr könnt drei Stück ausrüsten. Genauso wie bei Diablo 4 bei Saison 1. Natürlich nur drei unterschiedliche. Jedes Herz hat einen eigenen, anderen Effekt. Und den Effekt könnt ihr auch noch leveln, indem ihr Nightmare Dungeons macht. Jetzt stellt euch vor, es gäbe ein Barbarenherz, was ihr schon random findet, aber nur als Belohnung für ein besonderes Nightmare Dungeon. Und dieses Barbarenherz könnt ihr bis Level 150 grinden. Und auf Level 150 hat es erst diesen 4 Sekunden Bonus oder einen erhöhten Multiplikator. Also irgendwas, was Sinn macht, dass dieses Barbarenherz noch stärker wird. Und dass man richtig drauf hingrindet mit Nightmare Dungeons, um dieses Barbarenherz zu leveln. Das fände ich, wenn man schon von Diablo 3 so ein Feature klaut, in Anführungsstrichen. Dann sollte man es auch richtig klauen. Und wieso haben die das nicht gemacht? Das würde, glaube ich, mit allen Herzen, die es gibt und vielleicht in der Mitte der Season nochmal neue Herzen dazu, richtig viel frischen Wind bringen. Und ich glaube, ich bin mir natürlich nicht sicher, ich glaube, alleine das hätte schon dafür gesorgt, dass Leute viel länger, ich glaube auch nicht bis zu Ende der Season, aber viel länger die Season gespielt hätten, wenn man diese Herzen leveln könnte und man nicht random Herzen findet und man nach einer Woche alle Herzen durch hat auf allen möglichen Stufen und man 5 Stufen hat, die man einfach so random finden kann mit dem Warscham-Boss. Fand ich nicht gut. Hätte man Warscham-Boss besiegen müssen, um das Herz zu leveln, wäre es auf jeden Fall besser gewesen, sage ich, meine Meinung. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Es gibt natürlich auch noch den Schmied, wo ihr Pläne finden könnt und euch auch Set-Sachen schmieden könnt. Es gibt so viel mehr noch zu sagen zu Diablo 3, aber alleine, was ich jetzt schon diese 15 Minuten reingepresst habe, zeigt ja einfach, wie extrem voll Diablo 3 ist und wie wenig Diablo 4 zu bieten hat. Man muss echt auch sagen, Diablo 4 hat auch ein paar coole Sachen. Es gibt PvP-Gebiet, es gibt Crossplay, es gibt MMO-Features, weil ihr jederzeit MMO-mäßig mit allen Leuten Weltbosse besiegen könnt. Es gibt ein paar Features, die hat Diablo 3 nicht, aber essentielle Dinge von Diablo 3 fehlen einfach, um Diablo 4 einfach noch grindlastiger zu machen. So doof es klingt, aber sobald man Level 70, 80, 90 ist in Diablo 4, hat man eigentlich sein Endbild erreicht. Man hat keinen Bock, den Bild nochmal zu ändern, weil es a, viel zu schwierig ist, Sachen zu finden. Das ist hier auch ganz anders. Man findet hier so viele gute Set-Sachen. Ich habe ein paar Stunden gespielt und ich könnte jetzt schon wahrscheinlich drei verschiedene Bild spielen. Ich kann den Bild jederzeit umändern, das kostet in Diablo 4 richtig viel Zeit und Geld. Es gibt viel mehr Gold hier in Diablo 3. Was soll ich noch sagen, Leute? Es gibt so viele Punkte, wieso Diablo 3 das bessere Diablo ist. Ich muss aber wirklich, ich sage es nochmal, ich wiederhole mich da, Diablo 3 ist über 10 Jahre alt, Season 29 mit einem DLC, der dazugekommen ist. Ich gebe Diablo 4 noch ein Jahr und dann haben wir in Diablo 4 so viel Content, dass wir alle Diablo 4 vergöttern und Diablo 3 nicht mehr spielen, sage ich. In einem Jahr sprechen wir uns wieder, wir haben jetzt Oktober. Nächstes Jahr Oktober, sage ich, Diablo 4 wird genauso komplett sich anfühlen wie Diablo 3 und genauso geil sein. Schreibt mal gerne eure Meinung zu Diablo 4, Diablo 3, alles was ich gerade gesagt habe, Sachen die ich vergessen habe, unten in den Kommentaren. Würde mich sehr interessieren, was die ganzen Diablo 3 Veteranen unter euch noch an Endgame-Content sagen, was unbedingt in Diablo 4 rein muss. Würde mich sehr über ein Follow freuen, wenn ihr von Diablo 3 und vor allen Dingen Diablo 4 nichts verpassen wollt. Und würde mich sehr über ein Like freuen, Leute. Haut rein.